Ja moin und schön dass ihr wieder dabei seid bei Purocheck Silvester Feuerwerk. Ich habe natürlich jede Menge Batterien gekriegt zu Silvester und jetzt wird auch einiges weggetestet und jetzt ist an der Reihe die Super-Effect von Hestia Fireworks. Ist auch wie alle anderen Batterien und auch schon mehrfach erwähnt in den letzten Videos. Auf jeden Fall von der Qualität her, von der Verarbeitung her, echt eine robuste Sache. Diese Batterie hat 234 Gramm NEM und 36 Schuss. Ich bin mal gespannt wie diese rüberkommt. Freue ich mich drauf. Bis gleich. Tschüss. geht's. 1 2 3 2 3 4 3 4 5 7 10 14 15 Untertitelung des ZDF, 2020